So, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu FIFA 18. Ich bin der Franconia, heute geht es weiter. Kleines Spitzenspiel, der erste empfängt, oder sagen wir mal, der erste zu Gast beim Tabellenvierten bei Eintracht Braunschweig. Und jetzt ist da der nächste, jetzt ist die Transferperiode, dann auch gleich rum. So, wir gehen noch mal kurz ins Ding, was ruhig ist, lassen und verlässt den Verein. Ja, sehr schön, dann schleicht ich zu Bradford City, okay. Transferangebot zu Kislausen, genau, Sperre abgelaufen, Tim Leibold, das ist sehr schön. Dann lassen wir nämlich den mal wieder gepflegt ran. Tim Leibold und dafür Acosta. Raus. Linke Verteidigung, da haben wir halt noch einen Lippert, ne. Ich glaube, den können wir auch rechte Verteidigung, ne. Da haben wir doch aktuell keinen. Anna hat gesagt, ich soll den Petrach rein tun, ne. Die Innenverteidigung, ähm, ja. Ne, war schön. So, wen haben wir eigentlich recht? Das Mittelfeld Hufnagel. Gislaus Sohn, naja, da könnten wir rechtes. Mittelfeld mal irgendwann noch einen, äh, und Zamschmieden, Zamschustern, wie auch immer. Ähm, ja. Hätte ich aber trotzdem gesagt, legen wir los, machen wir weiter. Heute das nächste Spiel soll jetzt sein. Ich bin gerade in guter Form, danke, dass Sie mich eingesetzt haben. Das ist sehr schön. Hat sogar ein Tor gemacht, genau wie unser Neuzugang. Ich hoffe, wir können, und ich probiere heute mal wirklich, ähm, ja, ich probiere heute mal wirklich, äh, so defensiv zu spielen, wie es mir vorgegeben wurde. Und ich treffe mal schon wieder nicht die Kasten, das Toro. Ei, ei, ei. Wer ist denn das? Hey, willst du mich verarschen, Möwe? So. Nein. Bin ich schon selber. Hey, Trottl. Komm, du den Ball jetzt her. Sehr schön. Nein. Sehr schön, jetzt läuft es doch hier. Jo. Nein. Immerhin 5400 noch was. Verarschen kannst du dich selber, eh. German grüße, ey, hau dann raus, da. Okay, ähm. Wir machen weiter. Scheiß drauf, ey. Spitzenspiel heute, wie gesagt. Spieltag 20. 1. FC Union Berlin. Der Tabellenförder empfängt den 1. FC Nürnberg. An der alten Försterei. Ah, was ist los? Wir drücken weiter, ey. Weil es küsiert, ey. So, der Klub von rechts nach links in den weinroten Brikosen. Natürlich wieder. Von Beginn an, übrigens. Ich hab' Scheiße. Ja, Scheiße habe ich A, aber ich hab' A. Das war so, Gold. Ich hab' jetzt 500, neun. Ich hab' jetzt 500 Abonnenten, Alter. Das ist so krass. Obwohl ich ein total schlechter Zocker bin. Nein. Ui. Ui. Da hat er. So batter ich er das, Alter. Sehr schön, nein! So, er zielte Tore, 42, der Klub Tore geschossen, Alter, wenn sie verarschen. Sehr schön. Sully, war doch sehr glücklich neulich, sehr unglücklich gespielt neulich. Gegen Heidenheim haben wir ja verloren, Alter. Scheiße, wieso hat der nicht gepasst? Sehr schön. Juhu! Nein! Kerk verliert die Kugel. Obacht! Schöner Pass! Hertlund, der kommt hin! Schöne Flanke! Aber dann kommt der Kirsche, der Bredlow, der was weiß ich wär. Sehr schön. Juhu! Sehr schön. Deuchert. Schade, kann sich nicht durchsetzen. Die versuchen es mit den Weidenbälle. Ui. Die versuchen hochzuspielen. Die versuchen schnell das Mittelfeld zu durchqueren. Schaffen sie jetzt. Mit Hedlund. Und wieder die Flanke. Vorsicht! Schaut! 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 Sully! Sehr schön! Kartoffelsklur! Abfälscht. Abfälscht! 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 Cilberal tentarbestände Gelson Martinez. zu verarschen bisschen zähl die partie ich habe schon lange nicht zu sein aber wir versuchen es natürlich wieder nichts nimmt er kann momentan auch von glück reden jetzt strillak strillak erste gute 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 möglichkeit und weiter geht's freunde weiter geht's ecke kevin möwald tritt die kugel ein kopfball kommt nicht hin kommt nicht in kerk sehr schön ja jetzt wird er gefault alter das war ein faul du drecksack von schiri sehr schön nochmals schuss wieder abgefälscht was wieso jetzt ist aber nun bei hier am drücke 27 spielminuten sind vorüber und es gibt abstoß erst einmal ja ja nein gibt noch mal einwurf für den klub jetzt sind sie dran jetzt sind sie aufgemacht die glücker jetzt sind sie aufgemacht aufgemacht jetzt kommen sie noch mal flanke ist gut wird aber noch mal geklärt obacht noch mal ja nichts sagt ha 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 messen höhler hat die kugel werden jetzt sicherlich wieder raus dreschen jawohl das ist also den ihr plan schnelles mittelfeld zu durchqueren schau jetzt bin sie gleich wieder hoch ja scheiß vorführeffekt ja versuchen schnell zu spielen schaffen es jetzt auch hier nürnberg kann aber erst mal klären und es gibt einswurf für union berlin gegen den vierten wenn man heute bin aber elf punkte vorsprung auf dem vierten das ist schon mal eine hausnummer das wäre dann schon mal eine hausnummer hat er gemacht obacht sehr schön klasse jo mein name ist kirk sebastian kirk wird erst einmal abgeblockt schade schade wieder dieser weite dieser weite kugel nürnberg kann aber erst mal klären sehr schön jo sehr schön enrico valentini wo flankt der hinter kommt aber hin wo hast du gedacht wo flankt der hin und dann war da ein schuss bereit aber auch eine riesen parade nimmt er die kugel volley und dann im handball in torwart man hier eines handballers klasse parade nächste ecke für den ersten fc nürnberg die kommt wieder wird wieder gedreht durch mühlwald kopfball liegster schuss sehr schöner hacken trick ja sauber wieder gut gesehen gibt noch mal eckball für den club jetzt kombinieren sie aber hervorragend freunde jetzt kombinieren sie hervorragend treuer hat die kugel war dann doch zu nahe im fünf meter raum ja nürnberg spielt doch jetzt doch sehr sehr stark in dieser phase ja neun wieder der lange ball so gut zu klären jetzt erobacht geben vorsicht sehr schön kerk so gut wird gekrätscht kann aber gut klären es gibt szenapplaus vom publikum obacht jetzt noch einmal das war faul schiri du affe lässt viel durchgehen muss man sagen lässt sehr sehr viel durchgehen so kammerbauer erst einmal mit dem bass dann ist halbzeit 0 zu 0 aber ein gutes 0 zu 0 klar besser es fehlen halt die tore duisburg heidenheim 0 zu 1 und laut und führt gegen fortuna düsseldorf das ist sehr schön das ist sehr schön freunde so in seiner zweite halbzeit klub jetzt von links nach rechts jetzt kombinieren die auf einmal nein was machen die wie daneben gekrätscht wieder der hohe ball allmächtig bretlos spielt mit hat er gemacht sehr schön nürnberg spielerisch klar besser wie dies lassen kommt nicht hin und dann wieder diese lange bälle nach vorne in der hoffnung dass da einer den ball bekommt die bekommen den jetzt auch sehr schön nein dann vertändeln sie die kugel dann wieder die lange kugel nach vorne da ist aber niemand da ist aber niemand wird dann gut geklärt jetzt hat er ruhig ist lassen liebe fußballfreunde nein was das pfeift da natürlich der holzkopf so erste ecke jetzt auch bei union berlin ja obacht sehr gut klasse ja ja jetzt ist er durch ruhig ist lassen nein da wird er gefault gibt es aber nichts jetzt grätsche aber ordentlich mal rein hier in die bude ei 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 obacht union kommt eisern union wenn sich das nicht recht freunde sehr schön wird aber doch noch abgefälscht ui alter kein abseits vorsicht jetzt kommen auf einmal ei 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 nein nein obacht obacht nürnberg kriegt jetzt die kugel auf einmal nicht mehr hinten raus was ist denn das sehr schön nein wird geklärt wird abgeblockt jetzt hat er spielt auch union berlin mit obacht geben kein abseits alter verwalter mit mensch pass auf hey alter saline vorsicht vorsicht das habe ich mir schon gedacht dass das jetzt so passiert ey dann läuft er nicht verstehst dann läuft er nicht sehr schön neun ja stets ist sogar noch aufgestanden kommt aber leider nicht mehr hin jetzt hat er wieder obacht geben obacht geben stellungsspielfehler obacht geben oh da wird er abgeblockt da geht er dazwischen sehr gut und es gibt einen abstoß für den ersten fc nürnberg ein klasse tackling freunde ein klasse tackling ein überragendes tackling und kann man bauer die kugel der passt auf eras jetzt steht er auch besser beim mann die kollegin strella strella schießt doch einfach tor mühweh kevin möhwald tor in nürnberg tor in berlin sehr schön gewacht hier nochmal strella und dann passt er rüber oi 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 wie eiskalt schiebt er die kugel rein kevin möhwald mit dem innenrist klasse tor ich hab schon gedacht das vergeicht er wird aber dann trifft er 1 zu 0 für den klub yes zwölfte bude von kevin möhwald vom mittelfeldspieler auf marik minder als spurenfrage zeigen man weiß es nicht obacht vorsicht dieser spielt jetzt da dann kommt er so in wer ist gut red auch sehr sehr viel so jetzt eine ecke obacht vorsicht das abstoß müsste abstoß geben es gibt natürlich nicht so der bolder geht jetzt raus letzte auswechslung jetzt bei union berlin versuchen sie jetzt natürlich offensiv gut pariert jetzt ist das eine latte dann gibt es abstoß jetzt hat er ein riesenglück für den ersten fußballclub aus nürnberg freunde der sonne bretlo trich die kugel raus dann wird er gefault der sally dann wird er gefault und es gibt zum glück freistoß für den ersten fc nürnberg so gislason sehr schön SALLY 1 Pfund 1 Pfund hat er gemacht 1 Pfund wir gucken mal hier schnell in die auswechslung na das sind wir gut wir hauen mal im mittelfeld was raus vor da und rechtes mittelfeld den Hufnagel für den gislason so dann schauen wir mal ob das passt so Möwe geht Nürnberg führt mit 1 zu 0 im Spitzenspiel der 2. Liga im Spitzenspiel der 2. Liga Erzettler Schuss Tor 2 zu 0 Wahnsinn wer hat es denn gemacht 2 zu 0 klasse Schuss das ist der neue Stirlak Stirlak mit dem zweiten Bude Stürmer trifft sehr schön hier der erste Kuss wohin damit und dann zieht er einfach ab und dann nix zu halten Tor in Berlin 2 zu 0 für den Klub und das ist doch die Vorentscheidung das muss doch auch schon fast die Entscheidung sein hier an der alten Fürsterei in Berlin-Köbennick glaube ich ne ich glaub Köbennick ne ja Berlin-Köbennick zweite Saison von Adam Schellak von Adam Schellak Da könnten wir doch gleich nochmal an auswechseln oder? So ein Deutscher haben wir mal raus und dafür Ach ich kann schon, ich hab schon alle ausgewechseln, okay schade Naja sehr schön Sully möchte da irgendeinen Scheiß wieder Sully du Hund Boah Boah Zieh an Junge Schade Nix da Freistoß erst einmal sehr gut kein Freistoß Ah du Lump Sehr schön Das war doof Das war dumm Das war abgefälscht Das ist abseits Jaha Und dann heißt es 3 Minuten Nachspielzeit Und die erste Minute ist auch schon rum Freunde Sehr schön Das frisst Zeit Valentini Jetzt nochmal Sully Da wird abgedrängt Da wird abgedrängt Gibt es aber nix Dann wird er gleich abpfeifen Freunde So ist es ne Wer gewinnt Da schwitzen spiel in Berlin Mit 2 zu 0 Yes Auswärtssie Das klubft Ja Und das sind Zwillinge Und schau' ich nicht, wie es ausschaut Yes Sehr sehr wichtig 2 zu 0 Ich bin also der 1. FC Nürnberg Mit ihm Um die Wannen um Swellack durch Hat heute gar nicht viel getaucht Aber egal Wir haben gewonnen Das ist das Wichtigste Zu Null gespielt Passt auch In diesem Sinne Bis zur nächsten Folge Von FIFA 18 Macht's gut Servusle Euer Franconia